Liebe Gäste, ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Eröffnung des 10. Stadtfestes 3 Tage Marburg. Ja, schon zum 10. Mal veranstaltet das Stadtmagazin Express unser Stadtfest. Noch größer wollten wir das Geburtstagsstadtfest nicht machen und haben uns deshalb zum Jubiläum trotzdem ein paar nette Dinge einfallen lassen. Sie werden jetzt gleich hier auf dem Marktplatz die Uraufführung des Stadtfestliedes erleben, das Stefan Haus komponiert hat. Und ich hoffe, Sie singen alle kräftig mit. Gleich im Anschluss an die Eröffnung können Sie um 19.30 Uhr die feierliche Aufstellung des Stadtfestes... Ach ja, das Wetter. Das Wetter wird gut. Denn bei jedem zweiten Stadtfest hatten wir gutes Wetter und beim neunten war es schlecht. Dann kann es beim zehnten nur besser werden. Und nun kommt das Stadtfestlied vorgetragen vom Marburger Sound Express und einem kleinen Ensemble aus Mitarbeitern des Stadtmagazins Express. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hört man mich? Jetzt funktioniert es doch. So, ich bitte mal ganz kurz den Stephan Haus zu mir. Ich denke, das muss noch sein. Die Zeit muss noch sein. Ich denke, das muss noch sein. Ich denke, das muss noch sein.